ja jetzt kann sie sich sehen lassen ja und jetzt weiter jetzt müssen wir runter stürmen stimmeln als beim stecken du weißt du wie ich du weißt du wie fertig bin also um real ja und jetzt gehen wir mal da wo ich eigentlich hin wollte und das nicht geschafft haben jetzt ein krüger um geht scharmt ist jetzt holz aber ich gebe nur noch zwei leben das ist egal ich gebe dir einfach backup ich habe auch ich habe auch nur viereinhalb also schau mal rechts rein hier rechts unten und jetzt halt bei den glas da sieht man den lapis bauen wir das ab oder nicht jetzt doch nicht aber ich muss lava holen wir haben hier aber keine klar dass das so mit ne best du stürmst jetzt mit wo ist denn das noch mal ach bei der treppe wo sind die alle runtergejumped war das nicht hier irgendwo am besten ich stimme das sicherlich nicht mit mit zwei herzen wo ist denn die treppe komm jetzt war das überhaupt hier wenn ja dann war es ah hier ja ok dann sind die von da gejumped also richtig jetzt mache ich vier mal weiter dann war das gar nicht hier von da also doch doch da 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 wie schön was hören ganz ruhig ein halb nur noch was im Leben du ja ähm wo springst du die ganze Zeit runter die springen die ganze Zeit runter ok nicht deine Erd, jetzt steht das schon wieder einer steht das schon wieder so ein Pennerskelett geh mal hoch dann oder? ähm jetzt sind wir doch gerade wieder runter ne ich hab kein Leben mehr dann geh du hoch das ist ein Skelett im Weg ich baue dabei kurz ein paar Oblivion ab naja ey pass auf warum sag ich immer Oblivion? keine Ahnung irgendwer kenn ich das auch auf was soll ich aufpassen? ähm unter den Obsidien ist es immer Lava ne hier nicht da musst du aufpassen weil unter den Obsidien ist immer Lava ja du musst echt aufpassen bei Martin ist es und 4 Obsidien 4 Obsidien ja hier kann man es abfarmen das ist Fahren wir es gleich. Zehn Stück braucht man. Komm. Ich gehe hoch. So viel Zeit muss sein. Genau da drunter war Lava. Echt jetzt? Ja. Bist du reingefallen? Nein, aber fast. Gut. Wir hätten es jetzt bloß an die Diamanten spitzackig gedacht. Und nicht an mich. Wieso, ich habe ja eine. Ja, dann habe ich keine mehr. Ja, das ist ja egal. Oh Gott, die schönen Diamanten. Die du gefarmt hast. Ach ja. Es waren nur Zeiten. Jetzt gehe ich mit volles Leben hinter dem. Irgendwie so verreckt. Keine Schweine. Nur ein paar Creeper. Ich habe jetzt sechs Obsidian. Ich habe vier. Dann passt es genau. Schwein. Guck mal, du Saus. Geizholz. Gibst du mir wenigstens ein Steak? Was? Ein Steak? Boah, da sind unten viele Monster. Jetzt gibt mir auch keins. Was sind das für Schweine hier? Nehmen wir mal ein bisschen Fleisch an den Rippchen. Für ein paar gute Spare-Ips. Was? 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 No, no, no. Oh, es ist einfach zu. ab ich habe es bei dir aus Ich brauche uns nur ein bisschen was zurecht Naja, kein Schwein da Ich habe übrigens auch bloß ein Leben Aber ist ja egal Hier ist es unten bei uns noch überall dunkel Aber trotzdem waren wir da schon Wie geht es jetzt nochmal? Ähm, Fleisch im Ofen und danach anbraten Hast du es noch nicht gewusst? Ja Ah, okay Danke für den Tipp Kein Problem Da findet er es raus Und ja Ups Da hat er jetzt einen Bogen Was kommt es her, ihr Creeper? Bogen? Ja Schwein Äh, hast du noch einen Bogen für mich? Nö, ich habe keine Seile mehr Okay Haben wir noch welche in der Drohe? Ne, die habe ich davon gerade genommen Oh Schlag ich das Schwein mit dem Bogen tot Äh, kannst du mal Hallo? Hallo? Bist du wenigstens der erste von drei Der mir Fleisch gibt Ja Dankeschön